Das war so, dass unser Sohn damals eingeschult wurde, ist an Diabetes und Zöliakie erkrankt. Wir einen Antrag gestellt hatten für eine Schulbegleitung und die dann eben nicht bekommen haben. Man hat von keiner Seite Hilfe bekommen und von daher bin ich dann über die anonymen Hinweise gegangen und habe gesagt, das muss irgendwie öffentlich gemacht werden. Ich bin eher so der Typ, der da etwas zurückhaltender ist und das dann so erstmal über ein Kontaktformular macht und dann kann man hinterher nochmal telefonieren. Ich hatte wirklich die Hoffnung, dass das aufgenommen wird, dass es eben wirklich publik wird, dass wir in Deutschland und auch gerade jetzt hier im Kreis Paderborn das Problem haben, dass Diabetes erkrankte Kinder keine Schulbegleitung haben und dadurch auch die Schulen die Kinder zu Hause lassen. Ich habe mich tierisch gefreut. Also ich habe mich wirklich richtig gefreut und dass es halt auch wirklich so viel hinterhergezogen hat. Dass es dann weiter ging und eben auch immer mehr Menschen mit ins Boot geholt hat. Also ich glaube schon, dass das angekommen ist, weil ich hatte es ja auch keinem gesagt. Und ich meine auch selbst, der Schulleiter hat gemerkt und wusste, dieser Bericht kommt von diesem Kind, was bei ihm zur Schule geht. Also die gesamte Prozedur ging über zwei Jahre bis dann zu einer letztendlichen Gerichtsverhandlung, wo wir dann Recht bekommen haben vor dem Richter, dass dem Kind eine Schulbegleitung zusteht. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen mehr so viel zu tun ist.